los geht's ich habe keinen rucksack ich muss sparen beim looten draußen von draußen kommt einer gerade das bin ich ich bin raus david ja wo bist du hier noch innen drin naja du musst raus ich habe jacke gelootet komm hier hoch irgendein zünder mich da hoch nicht da hoch kommen hier hinten also verschwindet nicht eure munition das fährt gar nicht auf da war einer links hier links sind egal kommen weg wc's looten david eine grafikkarte hast du jackpot oh ich habe eine grafikkarte eine grafikkarte gefunden wenn ich sterbe müsst ihr mich looten ich habe ein kabel monitor anschließt sehr gut wesley bist du weggelaufen ich bin da unter der treppe nach nicht grad hast du schon nichts da hinten liegt eine leiche auf jeden fall okay ich renne da hin wir sind die bilden wir gehen in jedem fall also mit einer grafikkarte will ich kein wilder sein ich brauche die für mein pc und rucksack ich brauche auch einen rucksack ist das einer von euch wir sind hier nicht mich abschießen ich habe etwas wertvolles bei mir ich nehme den zucker ich habe keine ahnung wo ihr seid wo bist du denn david muss hier hinten irgendwo sein david du bist da hinten falsch komme ich bin bei der ich bin zurück zur eisdele hier komm hier hey alter schießt mir nicht die grafikkarte sofort wenn ich wenigstens im fight mal so gut zielen würde ja alter ich bin gerade vor dir gelaufen und du schießt du hast auch grafikkarte kollege ich habe gerade das wertvollste item was ich je gesammelt habe hier du hast du da hinten die kranken du hast ein sehr grosses eilto dieses zusammen loved ones der und das lapp デ ist aber die Rechts gehen. Wozu denkst du in die Qualität? Was? Stopp sie, stopp sie, stopp sie. Oh, da liegen Leute. Alter, die macht ihr Fenster auf, obwohl draußen so kalt ist. Ja, die ist deutsch. Mal direkt Stoßlüften. Alter. Richtige Banane, die Frau. Wo seid ihr? Ehrlich jetzt, wir sind doch hier. Ist das Wesley, der sich so beruft? Ja, der sucht den grad. Seinen neuen Kumpel. David, wo bist du? Ah, der sucht da schon, hier. Da, nehm die große Kiste, die da hinten liegt. Welcher? Echt? Weil das in Karton ist. Das ist mich verarscht. Da. Da. Mein Name ist Borat. Sag mal, wo seid ihr, Schmierbabys? Wo ist das andere hin? Oh, ich hab Waffe. Perfekt. Da. Ach, hier drin, der El Ratto. Den findet man gar nicht mehr, wenn er in seinen Lootwaren ist. Da. Oh, ne. Daria. Daria. Habe ich euch schon gesagt, dass ich überleben muss? Ey, ich hab 787 Robel gefunden. Ey, ich bin ein VIP. Denkt dran. Ihr müsst das wie ein Counter-Strike machen. Boah, da ist einer. Der kommt von rechts, hier hab ich abgeschossen. Bist du tot? Ja, 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 ja. Bist du tot? Ja, ja, ja. Wie von rechts? Der kommt von rechts von den Rolltreppen, Sascha. Ah, super. Michel, Friedan, das war... Bleib hier drin, David. Das war ein... Skev. Ehrlich? Mhm. Hm. Wieso hat er dich denn umgebracht? Hm. Hm. Hä? Warum hat dich denn Skev umgebracht? Und ich häng hier mit einer Grafikkarte. Gib mir die. Ich kann das nicht, David. Tut mir leid. Komm, wir tauschen Positionen. Wenn ich sterbe, dann weißt du mehr, was los ist. Nee, ich glaub... Man hat höhere Überlebens... äh... Chancen. Und ich hab nur so ein beschissenes... Jagdgewehr. Es ist sauber. Kann das sein, dass er tot ist? Der ist rechts, David. Wenn du rechts jetzt da hinten gehst, an den Rolltreppen. war der oben? Mhm. Hä? Mhm. Mhm. Nee, nee. Oben, glaub ich, auf... Ja, ja, ja. Der ist oben auf der Treppe, Sascha. Der Wichser, der sitzt da. Aber meine Waffe ist zu schlecht. Ich schaff den gar nicht, da weg zu bauen. Aber der sitzt oben auf der Treppe. Ich versuche von hier, warte. Hat er dich getötet, David? Nee, nee, alles gut. Der sitzt auf der Treppe. Ja, der hat da auf der Treppe gesessen. Wo? Links oder rechts? Nee, nee, auf der rechten Seite. Gut, es kann natürlich sein, dass der Wichser mich gesehen hat. Der ist ja nicht. Naja, jetzt ist der nicht mehr. Geht einfach raus. David. Ja? Komm. Wir haben nicht mehr viel Zeit. warte ich wusste dass du hier was gutes hat der typ hat einfach so hier die kekse legen lassen ich folge dir komm hier weiter komm du hast die grafikkarte deswegen folge ich dir ich bin der heilige mann wir sind jetzt denk dran leute ich werde aber jetzt gleich schlafen gehen ich kann ja gut ich warte noch bis ihr raus seid oh david hier kommen wir gar nicht raus da ist eine kiste links zu looten ich kann euch den weg haben wenn ihr wollt dann komm hier durchs loch ja genau und dann gerade auch Sascha Und hinten links, das ist zugleich. Und hinten links, das ist zugleich. Aber hier ist doch falsch. Wo? Wir müssen Emma kommen raus. Ja, ihr seid doch dabei Emma kommen. Nö. Ihr lauft jetzt wieder hoch zum Links, ne? Das ist doch das Kraftwerk. Ja, ihr lauft in die falsche Richtung und müsst rückwärts laufen. Ja, komm, wir müssen wieder zurück. Ich meine doch, das ist ja falsch. Und gleich bleibt immer an der Wand links. Dann könnt ihr gleich links durch die Wand und dann noch Emma kommen raus. Ja. 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 links ja hier links über den platz und da bei dem lkw so umgekippte mauer das springst du es aber ein bisschen ausdauer für haben denkt dran ich gehe einfach durch die tür mal da hinten komplett die zelte da können welche kämpfen das ist der schub kann die wohl ist aber die du Mhm. Nicht da rein. David guckt sich das Klo an. David, komm hier hin. Ja, zu dieser Handlinge. Alter, ich habe eine Grafikkarte. Wie geil.